Hallo und Willkommen zur 13. Folge von The Forest zusammen mit der Palette. Bewertet den Part und abonniert unsere beiden Kanäle, um keine Folge mehr zu verpassen. Viel Spaß. Mir ist so kalt, Palette. Wir müssen uns beeilen, Schlingil. Ich spüre meine Katana schon nicht mehr. Oh Gott, Alter, ich kriege wirklich gerade. Ich kriege gerade wirklich Schaden. Nenil, komm, lass uns beeilen. Ja, ich laufe schon. Die Scheiße, baue. Weg. Ich habe einen Stock. Oh, man kann das wieder mitnehmen. Ja, ja, mach bitte. Bitte. Oh, bitte. Mir ist auch so kalt. Mir ist so kalt wärmig. Ey. Mach ich. Jetzt sind doch mal an. Ja, warte doch. Eine Leine dran packen. Ja, habe ich. Nein. Also, ich habe Stoff dran gepackt. Ach man, da kann das nicht. Stoff. Brennendes verbessert der Stoff. Habe ich doch schon gecraftet. So, dann mache ich das jetzt. Ey. Ey, der ist doch gar nicht. Ich gehe jetzt weg. Hier, ich wärme dich. Oh, ist schön warm. Oh, danke. Ja, ja. So, schüss. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Ey, lauf. Mach ich. So. Oh, hier ist wieder was. The Dark. Hä? War es das? Hier geht's hoch. Ja, nee. Klar, aber. Ich frage mich, was wird das denn hier vom Spiel? Oh, hier rechts. Hier kann man was wegpölen. Ah, und da hinten auch. Dann guck du mal da, ob da irgendwas ist und ich gucke mal hier. Hier sind nur Items. Ja, was ist das? Nur. Hier gibt's auch. Hier gibt's Feuer. Und eine Kassette. Oh, alter. Ich zünde nicht an. Oh Gott. Was denn? Ach da. Unter dir war Feuer. Oh, noch was. Ui, Zeitungsausdienst. Hier ist ordentlich was. Was denn? Ah. Nix. Nochmal was. Eine Armbanduhr. Und da geht's raus, oder? Nee. Nee, geht's nur hoch. Alter, was findet man denn hier alles? Oh, das ist natürlich ungünstig. Und Stöcker gibt's ja auch. Hier sind... Irgend so ein Zahlencode ist hier. Your lucky number. Ah, da hat jemand Lotto gespielt. Ach so. Oh, da kamen wir her. Ja gut, dann gehen wir erst mal da lang. Oh, oh. Da ist ein fetter. Ein richtig fetter? Ja, ein richtig fetter Fetter. Ja, dann nehme ich mal Dynamit in die Hand. Und spreng den. Ja, 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 definitiv. Ah ja, ich seh's. Ich nehm den Molotow. Hallo. Hui, fang das. Oh nice, und... Ja, es... Er wurde komplett zerstört. Nee, wurde er nicht. Er steht da noch... Hä? Warte, ich werf ihn ab. Ich seh aber nix. Oh nein. Ja, da wär ich jetzt nicht reingeharrt. Aber ich hab nochmal TNT. Oh shit. Oh, lauf, lauf, lauf. Der ist TNT. Ohi. Ja, einer wurde zerfetzt. Komm, drauf, drauf, drauf. Mach ich, mach ich, mach ich. Meine Rüstung ist fast hinüber. Ja, warte. Oh Gott. Oh Gott. Der muss doch schon richtig gefressen haben. Ist der tot? Vorsicht, da kommt aber noch einer. Ah doch, da hinten, okay. Da kommt noch so einer, der denkt, er wär krass. Ja, denkt er das? Isar, ist es auch? Nee. Ach, der ist sogar schon ne... ...verkulte... ...Zombieleiche. Mach, mach du's. Okay. Ich nehm meine Taschenlampe. Die leider irgendwie leer ist. Das ist aber geräumig hier. Ja, oi. Mann. Ist so schön. Schön, ob die das eingerichtet sind. Oh, da sind noch zwei Mollucks. Vorsicht. Drei. Könnten auch drei Mollucks sein. Ja, ich seh schon. Alter. Aber die kriegen wir, die kriegen wir. Die sind kein Problem. Zack. Und Stöcker. Tschüss, Mollucks. Oh, noch einer. Hallo. Na, komm zurück. Sei doch nicht so fein. Ich möchte ihm gerne eine Lebensversicherung verkaufen. Warte mal. Kennen wir den Ort nicht? Wissen wir nicht, woher? Ja. Der lebt immer noch. Jetzt immer. Hier ist Licht. Und ein Zelt zum Pennen. Oh, hier kann man, glaube ich, tauchen. Da gab's, ich glaube, hier gibt's die Kettensee. Gab's, glaube ich, immer ein Item. Also, ich meine mich dran zu erinnern, dass mal ein Item so angeleuchtet wurde von dem Licht. Ah, ja. Genauso wie es hier zu sehen ist, dass dann hier irgendwie das Item lag. Oder war das schon? Hatten wir das schon? Nee, wir waren hier noch nie. Jetzt sagen wir nicht, man kann da tauchen. Bitte nicht. Wahrscheinlich. Ja, kann man. Ich speichere hier mal lieber. Ja, ich komm mit. Warte. Aber, wollen wir nicht kurz zurückgehen und da hoch? Weil ich glaube, da geht's dann letztendlich komplett weiter. Weißt du? Ja, aber jetzt sind wir schon hier. Wieso nicht hier links? Weil ich glaube, wir gehen da hoch und dann war's das direkt damit. Und dann gibt's da oben vielleicht nur ein Item. Oder nicht? Aber hier. Wir sind doch gerade da. Okay. Weil es ist jetzt ja, wir können ja eh nur raten. Und die Chancen sind 50-50. Nee, aber Wasser ist so abschließend, finde ich. Also, ja komm, lass rein. Zack und tschüss. Hui. Oh, wieder Geld. Oh. Oh, neue Freunde. Hallo. Hier waren wir. Ich glaube wirklich, hier waren wir schon mal. Oh Gott. Was? Da kommen ja noch mehr. Ja, ja, hier sind mega viele gerade. Ach, du Heilig. Und da noch einer. Vorsicht. Oh, ich krieg gerade auch recht gut Schaden. Ich hab gleich keine Rüstung mehr. Nein. Oh Gott. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, sorry. Geht wieder drückt ins Wasser. Ich hab keine Rüstung mehr. Komm, Gott, ich muss auch, ich muss auch kurz. Oh, oh, oh. Ich bin ein Strich. Warte. Oh Gott, oh Gott. Ich hab echt nur noch einen als den Strich. Versuch hier alles frei zu machen. Dieses Baby hat mich echt, also ich hab ein Prozent oder so. Ja, ja, die Babys sind krass. Warte, der lebt noch. So, ich tanze gerade hin und her. Alter. Alter. Da ist noch ein Baby. Warte, ich nimm die Gang. Und er spiel dich trotzdem an. Er hat mich aber nie gewischt. Bei mir schon. Nee, bei mir nicht. Also ich hab nichts verloren. Achso. Okay, mir ist auf jeden Fall kalt. Ja, guck mal, da oben geht's raus. Und ich glaube... Boah, was ist das denn? Ach, ne Flaggern von dir. Ja, ja. Hier muss es doch irgendwas geben. Komm schon, Spiel, Alter. Okay. Also da ist gleich der Höhlenrand. Viel weiter kann es eigentlich gar nicht gehen. Genau, hier geht's hoch. Aber nicht komplett. Oh ja, ich mach den hier. Ja, ich hab die beiden. Ich hab den Molochi hier auch. Da geht's. Oh, hier geht's nochmal hoch. Alter, wie weit wir hier einfach auch laufen. Ja, was ist das denn? Oh, hast du wieder Beine trainiert? Ja. Mach ich ganz oft. Äh, was zur Hölle? Wo sind wir denn gerade? Ich hab keinem los, ich schüttel. Ach, jetzt gehen wir wieder hoch. Hä? Hallo? Hier geht's wieder runter. Yay! Also jetzt bewegen wir uns auf jeden Fall im Kreis. Oder weil, wo... Wohin gehen wir denn da gerade? Ein Zelt! Oh, eine Kassette! Und wieder irgendeinen Lottoschein. Und Feuer, ich mach das Feuer an. Vorsicht! Okay, oh. Pff. Ah. Das ist schön. Ich stand hier müdlich. Ah, komm kuscheln wieder. Ja, komm mal her. Ja, ja. Wir fallen, Alter. Wir fallen. Okay, weiter geht's. Ab nach oben. Ach, da geht's noch weiter? Ja, ja, klar. Klar. Ich hab dafür, hier wäre eine Sackgasse. Oh! Ach, öh! Oh nein. Äh, öh! Äh, öh! Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Container! Krass! Hallo! Oh, ein Karnickel! Gibt's da... ...irgendwelche geilen Sachen? Ja, ich rieche Loot. Ja, ist das hier zum Aufmachen? Hier ist ein... Ah, ich kann keine mehr tragen. Dann mach ich direkt mal mehr Springstoff. Ja. Also, irgendwie war die Höhle scheiße. Was hast du denn gegen die Höhle? Ja, wir haben nichts bekommen. Ja, ich weiß. Oh, ein Vogel. Ja, ja, komm. Nimm ihn doch. Ja, danke. Ach, Federn, Federn, Federn. Und wohin jetzt? Wollen wir zurück zur Base? Oder in die Höhle? Würden wir denn den Weg wieder dahin schaffen, wo ich hinwollte? Würdest du das? Aber man konnte doch da noch irgendwo runter wieder. Ja, aber ich glaube, da waren wir schon überall. Waddis? Ich meine schon... Warte. Das Problem ist, ich vertraue deinem Orientierungssinn nicht. Warum nur? Ja, dann komm, wieder rein. Ich geh da jetzt rein, Schatz. Okay. Was für ein Zufall, dass es immer so passt. Mit den Felsvorsprüngen. Ja. Oh, da liegt wieder was. Das kenne ich doch schon. Also, irgendwann müssen wir mal ein neues Item finden. Ja. Ja, aber vielleicht gibt es auch kaum noch welche. Aber hier müsste es eigentlich schon was Geiles geben. Hier sind Knochen. Danke, Sir. Das ist eine Sackgasse. Eine komplette Sackgasse? Scheinbar, ja. Hä? Ja, finde ich aber gar nicht mehr doof. Warum? Das heißt, es gibt jetzt gerade noch zwei Gänge, die ich nicht kenne. Einmal der Ausgang, wohin der geführt hat. Und einmal, ähm, das Teil, wo wir hätten runter oder hoch, äh, hochgehen können. Ja, richtig schön gammlig. Hier geht's weiter. Oh. Nein, noch ein neuer Weg. Ich, ach. Hier geht's runter. Nein. Ah, da unten ist ein fetter. Hi, er lasst ihn erst mal töten von oben. Ich hab 52 Schuss, um weiß es auch einzusetzen. Oh. Oder auch nicht. Die Einstellung gefällt mir. Ich kann da nicht runterziehen, der ist so nah. Ja, das stimmt. Scheiße. Bist du denn da unten? Nee, er ist hier unten links. Ach, da, ich sehe ihn. Hi, bist du hässlich. Kannst du ihn anballern von da? Müsst du eigentlich gehen. Nee. Kann ich ihn da rüber springen? Ah, da sind aber Babys. Die könnten wir abballern. Wo denn? Geradeaus. Ach, da. Jo, ich sehe es. Los, geh zu deinen Babys. LOL. Was? Hilfe, ich bin unten. Och Gott, Manuel. Ich bin auf... Ich hab mich kaum bewegt und bin einfach runtergeklatscht. Komm runter, komm runter. Ja, 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 natürlich komm ich runter. Er sagt, Omo guckt sich das so an. Nein. Oh, hä? Ja, das ist gut. Ja, ist er auch. Einfach immer weiter anziehen. Und die Babys auch. Jo, ich hab weh. Genau. Oh, oh Gott. Oh, vor mir ist so ein kleines. Oh, oh. Wow. Die verkackten Babys. Ja, ja, ich versuch... Mach du die Babys. Ja, ja, ja. Ich geh auf ihn. Alter. Wow. Man hängt hier auch immer doof fest. Och, geh doch weg. Wie fit ist Dreck, Sviel. So, Baby. Alter, der hat mir richtig viel abgezogen, die Babys. Der bringt doch einfach eine halbe Stunde und ihnen juckt es nicht. Nicht von vorne angreifen. Nee, nee, er dreht sich doch. Wow. Ja, Baby brennt. Mist, nicht getroffen. Aber die 50 Schuss sind sehr angenehm. Ja. Getroffen, wieder wegrennen. Babys sind, glaube ich, auch Geschichte. Da brennt er wieder. Ich hole zwei Katane raus. Wow. Ich mach's jetzt. Okay. Er ist tot. Ja, nice. Souverän. Ausgeschaltet. Ich hab eine Vermutung. Was denn? Dass es hier keinen freaking Loot gibt. Alter, was ist denn hier passiert mit der Welt? Oh, ein Camcorder. Ich kann Videos aufnehmen. Boah, Alter, ich mach direkt eine Vlog-Reihe. Oh ja, oh. Warte mal. Was ich krass finde, sind die ganzen Menschen. Hier ist ja eine richtig fette Party. Camcorder, zack. Weißt du was? Ausrüsten, Kassette. Kombinieren. Weißt du was, Menius? Ja, was denn? Ich weiß, wie dieses Video heißt. Oh, oh. Ich guck gerade ein Video. Oh. Da sind Leute in einem Flug... Hä? In einem Flugzeug? Habe ich noch ein anderes Ding? Ist das jetzt... Ja, noch ein Video. Leute in irgendeinem Shop oder so? In einem Gebäude? Polizeigebäude oder so? Oder was ist das? Ein Krankenhaus. Ist das mein Kind? Ich glaub, das war's. Ja, das war's. Ich hab nur zwei Videos. Also gab's hier den Camcorder. Dann lass mal hoch. Okay. Aber was für eine Falle, ne? Ja. Da unten einfach mit 300 Babys und dem fetten Typen. Aber wie sind die ganzen Leute da hingekommen? Der hat die da hin verschleppt. Der jagt auch draußen. Ja, aber der kommt doch da gar nicht raus. Doch, der kann dasselbe nutzen. Na, was? Ja, klar. Ich hab auch gar keine Rüstung bei dem Fäller und seh ich gerade. Nice. Das war ein nicer Kampf. Ah ja, genau. Hier waren wir schon. Ich erinnere mich. So, und jetzt gleich links ist ein Ausgang. Da würde ich gerne einmal ganz kurz hochgehen und gucken, wo wir rauskommen. Okay. Oh. Hui, hui, hui. Geld, Geld, Geld. Ech, 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 ech. Glaubst du, die machen auch YouTube? Ja. Und dann haben sie das Geld einfach da austeilen lassen und hingelegt. Aber die sollen den Kopf nicht so hängen lassen. Ich weiß, Alter. So mit der Monetarisierung ist nicht so gut. Aber direkt sowas machen ist... Hä? Ja, ist doch keine Lösung. Alter, das gelbe Symbol ist nicht so schlimm wie alle denken. Hä? Jetzt ist hier Wasser und dann... Aber das ist doch nicht das, was ich meinte eben. Oder doch? Doch. Kann man da tauchen? Kann man da richtig runter? Nee, kann man nicht. Aber wir müssen hier hoch. Oh, hier ist jemand. Ähm, kannst du kommen? Ja. Jemand, der keine Party mit Pedissel feiern will. Aber warum nicht? Oh, ein Baby. Hallo? Oh. Na, ich hab das Baby. Ich hab auch der eine, der dich hinterrücks angreifen wollte. Da sind noch vorsichtig. Zack. Ja, ich seh's. Ich seh's. Beide sind tot, die Großen. Die Babys aufwass. Warte, Baby. Ja, okay, nice. Da geht's. Da geht's hoch, ja. Ja, da wollte ich auch längs. Oh. Äh, äh. Gibt's den Verloot? Ja. Was? Ich kann ihn schmecken. Nochmal nach oben. Ob ich den Loot schmecken kann? Ich auch. Ich hab grad meine Axt im Mohl. Hallo? Waren wir hier schon? Kann mir einer sagen von euch? Hallo? Ich kann ja mal auf die Map gucken wieder. Nee, hier waren wir noch nicht. Oh. Ja, natürlich waren wir hier noch nicht. Ich weiß doch Bescheid. Ah, ich kann wieder essen. Nice. Ja. Ja, ja, ja. So da und. Oh. 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 Mach mal ein bisschen Feuer, falls uns kalt ist. Ich bin weg. Oh. Da war eine Fledermaus. Ich speichere hier mal lieber. Hallo? Wieder ein Ausgang. Was? Wo sind wir dieses Mal? An einem Ort, den ich nicht kenne. Nee, hier waren wir noch nie. Das ist wieder ein neuer Ausgang. Oh, ist das schön hier. Lass uns mal erkunden. Also ich mein, es gibt gerade nur noch einen anderen Gang. In der Höhle. Einen einzigen. Das ist nicht unbedingt weit weg von dem anderen Ausgang. Oder? Ja, nee. Das ist hier. Guck mal. Was denn? Ist das nicht das Lager? Oh, lol. Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Oder? Das wäre doch auch in so einer kleinen Kuhle. Der ewige Höhlenkreislauf. Alter. Genau, hier hast du über meine Mutter geredet. Was? Das habe ich gar nicht. Doch. Jetzt ist aber die Frage. Gehen wir da runter und gehen den ganzen Maltenweg wieder? Oder gehen wir jetzt kurz da hinten zurück? Was würde schneller gehen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause, oder? Da oben soll noch ein Eingang sein. Komm mal mit. Folg einfach meinem Arsch. Ist hier was? Ja, 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 ja. Hier. Das müssen wir uns merken. Denn da gibt es auch ein spitzen Item. Oh. Ui. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Hause. Ja, home sweet home. Also meine Karte sieht schon echt gut aus. Achso, ja, spring rein. Ja. Nein, du es nicht. Ach, auf einmal nicht. Nein. Ich würde da so gerne einmal runterjumpen mit dem scheiß Schildkrötenpanzer. Das können wir machen, wenn wir so eine Bluepass-Folge machen. Wir machen eine Bluepass-Folge? Ja, ja, dann bauen wir einfach nur Scheiße. Machen wir das nicht eh schon? Wie, vielleicht. Ist das Projekt ein Bluper? Vielleicht. Bin ich ein Bluper? Ja. Kennt ihr ja die schon die Pranks der Neuzeit? Prank! Prank! Ey! Da kommt er mit seiner Axt. Du hast mich abgeworfen mit dem Stein. Ja, mit dem Stein. Du kannst doch nicht einen Stein mit einer Axt gleichsetzen. Natürlich, klar. Ein Stein platzwundet, direkt tot. Ach, da oben. Das ist einfach so geil, der Ort. Der ist wirklich geil. Aber der wurde nie angegriffen. Da kommt einfach keiner hin. Ja, weil der so versteckt ist. Ja, richtig. Voll versteckt. Voll auf dem Präsentierteller da ganz oben. Nein, der ist versteckt. Können vielleicht das Ding benutzen. Das können wir. Kluck. 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 Ich komm mit. Kluck. Und. Ah. Direkt Steine abgeben. Genau, die 400 Steine, die wir noch haben. Ah. 400? Was? Ja. Ich hab 400. Also von hier aus sieht's fast so aus, als hätten wir eine richtige Mauer. Ich kann ja nichts trinken. Ah, doch jetzt. Ja, und das Geil ist auch, es schützt uns bisher noch gar nicht. Weil's doch nicht mal ansatzweise vollständig ist. Und weil wir noch nicht angegriffen wurden. Ich hab nur so vier, fünf Steine gehabt, scheinbar. Man hat immer nur so wenige. Mann. 60 Steine noch. Ja, geht durch. Boah, ist das ne tolle Plattform. Boah, ist das. Die hat sich gelohnt. Die hat sich richtig gelohnt. Ich würd schon gerne da hoch. Ey. Ich hab nix gemacht. Ich wollte, ich dachte. Ich könnte hier mit hoch. Ich wollte, ich dachte. Ja, hui. Das können wir machen. Ja. Warte. Sehr gut. Das ist aber die beste Idee aller Zeiten. Das ist ja völlig schief. Das ist echt kacke. Okay, dann nicht. Dann geh ich halt ins Bett. Wenn meine Arbeit nicht zu schätzen war, ist, dann geh ich halt ins Bett. Ja, aber wenn dann schon richtig. Ist schon gut, ich geh jetzt. Ich esse jetzt noch einen Snack. Dann geh ich einfach weg. Hast du gespeichert? Ja. Was ist denn das? Hä? Oh Gott, ich bin... Ich bin rausgeschossen. Der Baum fällt. Oh Gott. Nein. Nein. Was hast du getan? Leck mich doch. Ja, Panzer. Nein, wir rösten mal den aus. Ja. Was? Ich lebe. Ja, der Panzer ist geil. Der Panzer ist aber das Beste. Okay. Das war's mit The Forest. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist die Palette verlinkt. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Part wieder. Tschüss. Bis dann.